jo leute was geht ab und willkommen zu captive minecraft 2 jo und wieder mit dem rafo am start jo und was haben wir in dieser folge vor dir zu fahren habe ich mal so was ganz nebenbei gehört ich bin gleich tot wir haben vier in der augen ich hätte sagen ich steck sie mal unten ein ich gehe nämlich eklop vorbei und das ist schon mal ganz gut und einmal starten wir auch schon ja mal du hast den zaubertisch der habe ich mal so ganz nebenbei gehört ja das kann ich hier ganz schön machen aber dazu auch eben knochenmehl und weizen ja dann für weizen und weizen und samen und alles hier und da ja ja alles weizen ja das ist sehr schön sagt alles weizen hier perfekt mit ein bisschen mehr nicht auch voll scheiße was ja dass man die dinge auch verschwenden kann also dann links bums da du aber du mir habe ich glaube eh genug mit du kuh die kuh will nicht dann halt du kuh gleich neue kuh baby kurs sehr schöne kuh im eisen nehmen wir auch so mal mit wenn ihr was finde mir im eisen könnten wir auch gebrauchen nämlich wir bereiten uns ja doch nicht das scheiß scharf man aber wenn uns das eisen nicht reicht hätte sagen wir machen uns einfach eine goldrüstung geht es was normale kuh mit pilzkuh ne auch schade das geht nicht schade schade da müssen wir leider warten sonst kommt eine mischgeburt rausch mischgeburt okay ich brauche jetzt aber hier noch eine waffe 1 2 3 alter sind schon wieder bogen eine ender ein ende auge bräuchten wir noch dann könnten wir schon ins lande ja eben nur alter ein ende auge aber ich hätte sagen wir müssen erst mal das schwert machen wenn wir nacht am ende jetzt glaubt aus die maus oder na da müssen wir noch den wässer machen jo wässer 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 um ganz ehrlich zu sein soll ich die kühe abschlachten ich schlage jetzt die kuh die will nämlich irgendwie keine kinder mehr bekommen und die kuh die ich auch scheiße und wo so okay haben paar kühe geschlachtet schnell runter die die spitz hat ist in gefahr ja viel spaß weil ich brauchte deine hilfe ja immer ich dass ich auch noch verrecke ja schön da ich habe zwölf da ich hau da schwert da rein alter so das ist jetzt unsere mission warte blöcke zum zubau ich mal die karte verschwenden nein jetzt warte mal wir müssen jetzt sofort runter und die die spitz hat gerät nämlich sonst immer gearscht also richtig gearscht wieso weil wir die brauchen für was weil wir sie brauchen ja eben für nix nein die brauchen wir trotzdem noch für was ja keine ahnung aber die brauchen wir doch eben für nix halt die fresse wir brauchen sie trotzdem her wo ist unser papier ein mann aber kommst du runter bitte nö ich muss zuerst bücherbrücke alle machen da unten sind über eine million mord mobs mobs ich kann aber ein bücherregal machen das ist mir scheißegal da sind da sind holz dann hier drei holz da drei holz da drei buch gleich ein buch egal auch gehen dann komme ich runter dann gibt es noch action in der folge wir haben was produktives gemacht ein bücherregal hop 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 ich sag's da unten ist so viel los das ist nicht mehr normal alter das alter das dauert jahre bis wir ein scheiß bücherregal haben alles fertig ja nee wir können hier sind alle monsters die spawnt runterkommen doch 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 ja was jetzt ja muss 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 mann und mann und mann immer immer muss ich dir helfen immer aber immer alter wo ja noch mal ein baby schaar schweine nein die keine schweine sondern kühle junge die spitzhacke ist gerettet aber na gut aber du jetzt muss ich nur noch die fretten ja nein mache ich nicht kann von mir aus vergammeln da unten nein weißt du was ich jetzt mach was ich rüchte mich aus mit ein paar suppen der hatte meine suppe dann ein bogen und kommst du runter und dann versuchst du dies dann brauche ich noch pfeile aber pfeile ist halt so eine sache ich habe vier pfeile aber es wird nicht reichen scheiße schief mit endlich schaffen was meine super naja stück gehabt hast du pfeile einen aber mehr nicht der rest ist die spawnt ich würde sagen wir machen jetzt mal die mission wirklich richtig gut ich meine das sind ja alter man muss 50 blöcke in der luft sein oder ja oder wo rieber du nervst wenn man da 50 blöcke in der luft sein muss gehe ich in die schlucht runter baue mich 50 blöcke nach oben ach du scheiße ich brauche mich jetzt einfach mal unten irgendwo rum und versuche irgendetwas zu bekommen aber bei dem grundgestein kommt wohl schlecht darauf an dass er irgend sie dir sind ich schaue jetzt noch mal schnell ob da aber wie sollten wir drei diamanten blöcke hinbekommen ja keine ahnung vielleicht finden wir am ende noch kisten das könnte ja auch sein oder diamanten echt ja drei stück vier stück jetzt so fünf stück fünf stück acht stück ne oh schade fack 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 ja also langsam könnte es meinen dass man da drei diam alter skype nach skype nachricht wer war das wohl so beschäftigt aufgeickt ja was wollte ich mal naja stimmt hast du das auch gehört was also nö lol also weil ich den anderen vorher ähm dings gemacht habe nicht aufgelegt sondern pausiert als ich hab grad so schiss dass mir so ein scheiss skill hat abknallt woher kommt einer ganz interessante diamanten jungen wo bist du gerade schon farm ganz unten in der schlucht ganz unten in der schlucht nein weiter unten redstone gibt es nicht aus dem monument mit redstone blöcken alter wie viel die wandten sind es wie viel will ich mich verarschen ach diamanten ich brauchte einen einzigen pfeil wieso ich habe es gelät so hart geschlagen und jetzt fehlt mir nur ein einziger pfeil warte das ist gelät nicht dies bond komme schnell hoch und schnell hoch also habe jetzt acht diamanten bei mir aber ich glaube es gibt irgendwo noch mehr ist wettig wie weit oben bist du kannst du um eigentlich ach seh dich ein skelett fokussiert ich aber ich bin ich knall ein anderes ab ein einziger pfeil fehlt mir glaubt noch oder 10.000 skelette oder wir studien abknallen ne 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 ich bin schlecht im bogen ok dann knall ich ihn ab pfeil wo ist es ein einschatz da ich habe eine pfeil und der hat vielleicht noch mehr und der da noch mehr pfeile sehr schön ok ich finde es scheiße so hey jetzt so despaunt das waren keine 50 blöcke ey willst du mich verarschen sind vielleicht 50 blöcke 50 nicht 50 meter 50 keine ahnung ey junge das muss doch da unten ist auch außerdem der kakaobohnen irgendwas wenn du mich verarschen ich gehe jetzt mal runter ja ich habe auch drei emirates hey alter was machen die scheiß fledermäuse Der hat eine scheiß Dornenrüstung. Nö. Äh, Manni? Alter. Anhalten. Zu spät. Alter, halt die Fresse. Enderman tot. Ich gleich tot. Ich auch gleich tot. Ich auch gleich tot. So. Auch. Halt die Fresse, du Scheiß. Okay. Und wir müssen jetzt auch in der nächsten Zeit fertig werden mit Minecraft Captive 2. Ja, das waren ganz bestimmte Gründe. Ja, denn sonst sind wir gleich... Wow. Also, das wird mir langsam zu gefährlich. Ich bleib. Ich bleib hier. Was ist? Jetzt wird es langsam wirklich gefährlich. Wow. Mie, Zombie. Eineinhalb Herzen. Ich habe zweieinhalb. Hast du fucking... No, no. Und wieso ist meine Heiligkeit wieder auf No? Oh, deswegen. Hast du alles? Ich bin auch gleich tot. Ich habe schiss, dort hinzugehen. Alter. Scheiß Bitch. Scheiß Bitch. Ich komme jetzt nochmal runter und dann werde ich sagen, wir werden noch die Folge, wenn wir die Bitch erledigt haben. Geh? Scheiß Bitch. Nein, eigentlich verschlachte ich gerade ein Skelett. Hä? Da ist gar keine. Hä? Dann nehme ich keine Fackeln mit. Nimm Fackeln mit. Ich bin schon auf dem halben Wege nach unten, aber ich reiße irgendwo die Fackeln wieder ab. Ich ziehe extra Goldbruchspanzer an. Ich reiße mal schnell irgendwo die Fackeln ab, gell? Hehehe. Da ist oben wieder die Kauderwelt, steig, Alter. Grieber! Ah! Ah! Aua! Weiter runter. Der hat ein Schwert. Skelett mit deinem Schwert. Nein, Skelett hatte dein Schwert, Alter. Alter, du, das sind eure Scheiß. Kinder, eh. Ich habe drei Fackeln mit, gell? Ich sehe die Bitch. Hier ist das, sagen wir Bitch, Alter. Weiß nicht Bitch. Da reicht auch nur eine Fackel. So. Bin vergiftet. Nein, du! Bleib am Leben! Ja, jetzt bringt es auch nichts mehr. Ich habe sie geschlachtet. Hier ist sie überstockdunkel. Ich sehe einen Scheiß. Leute, ich sehe genauso wenig wie ihr. Glaubt mir. Das ist alles scheiß am Still. Ja, wahrscheinlich. Ich bin gleich am Arsch. Wenn du jetzt nicht sofort hier runterkommst, da kommt schon der Kamerad von Zombie. Hallo! 10 Creeper! 10 Creeper! 10 Creeper! 10 Creeper! Habe ich eine Enderperle? Ich habe acht Diamanten. Hallo! 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 Licht! 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 Hallo! Hallo! Wollte ich jetzt sagen, auch wir Ben... Nein! Da kommt Gesellschaft. Wie viel? Ja, das sind wenig, Alter. Ultra wenig! Yo! Ja, ich hätte gerne meine Diospiezzacke. Hast du die acht Diamanten? Ich habe alles. Nein, die acht Diamanten hast du nicht. Gib mal schnell meine Diospiezzacke. Dann fahren wir noch schnell. Oder wir bänden die Folge. Das geht auch. Wow! Oh, Junge! Dein Ernst? Wie du dich bewegst, Alter. Yo! Ich würde sagen, wir sehen uns in der... Oh, fuck. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von... Captive Minecraft wieder. Ja, und dann suchen wir hier... Höhlen wir uns mal hier alles aus, oder? Bist du verrückt? Ja, wir brauchen Diamanten. What the heck? Okay. Der Haschstein aushüllen. Das ist meine Antwort. Ja, und ich würde sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von... Captive Minecraft 2. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.